Über Ziel und Methode Es ist immer gut, wenn wir mit einem Text beginnen. Nicht, dass ich predigen will, doch ich möchte, dass wir mit einigen Worten beginnen, die uns den Hintergrund für all das liefern, was ich jetzt zu sagen beabsichtige und die uns erklären, was ich mit dieser Reihe von Studien über biblische Lehre vorhabe. Ich beziehe mich auf 5. Mose 29, Vers 28. Nun werden wir unweigerlich mit Einleitungsfragen zu beginnen haben. Dies ist aus mehreren Gründen notwendig, wie ich meine. Der eine ist, dass manche Leute die Richtigkeit dessen hinterfragen, was wir vorhaben. Wir leben in einem Zeitalter, in dem wir nicht viel über Lehre hören und es gibt einige Leute, die sogar töricht genug sind, zu sagen, dass sie es nicht mögen, was mir eine sehr armselige und bedauernswerte Einstellung zu sein scheint. Vorträge oder Predigten über biblische Lehre waren einmal sehr weit verbreitet. Doch sie sind vergleichsweise selten geworden, besonders während dieses Jahrhunderts. Auch wenn wir uns nicht direkt mit dieser Kritik auseinandersetzen wollen, so bietet sie uns doch einen guten Ausgangspunkt und veranlasst mich zu bemerken, dass es da bestimmte Dinge gibt, über die wir uns im Klaren sein müssen. Was also werden wir tun? Dies soll eine Reihe von Studien über biblische Lehren sein. Was meinen wir damit, wenn wir über eine biblische Lehre sprechen? Die Antwort ist, dass es in der Bibel in besonderer Weise darum geht, bestimmte Wahrheiten zu vermitteln. Und nichts ist wichtiger, als dass wir das begreifen und dass wir damit beginnen. Die Bibel ist ein Buch, das ein ganz klares Ziel verfolgt. Alles, worüber sie uns unterrichtet, gilt einem bestimmten Zweck. Sie will uns ihre einzelnen Wahrheiten vor Augen halten und uns allen ins Gedächtnis schreiben. Lassen Sie mich dies anhand einer verneinenden Aussage näher erklären. Die Bibel ist beispielsweise keine Universalgeschichte der Welt. Leider vergessen wir dies viel zu schnell. Doch achten Sie darauf, wie sie 2000 Jahre Geschichte in nur elf Kapitel des ersten Mosebuches hineinpresst. Die Bibel ist nicht in erster Linie an Weltgeschichte interessiert. Ihr Ziel ist ein anderes. Lassen Sie mich noch eine andere verneinende Aussage anfügen. Die Bibel ist noch nicht einmal daran interessiert, uns eine komplette Geschichte all dessen zu liefern, was Gott jemals getan hat. Er hat viele Dinge getan, die in der Bibel nicht erwähnt sind. Aber sie wählt bestimmte Dinge aus, die ihr helfen, ihr eigenes Ziel und ihren Plan ins Blickfeld zu rücken. Die vier Evangelien beispielsweise erheben nicht den Anspruch, eine komplette Biografie des Sohnes Gottes, unseres Herrn und Retters Jesus Christus, zu sein. Nein, es geht ihnen darum, bestimmte Wahrheiten über ihn weiterzugeben. Sie befassen sich beispielzahlbar nur mit drei Jahren seines Lebens. Darüber hinaus erfahren wir sehr wenig. Sie berichten uns von seiner Geburt, ja. Aber die hauptsächliche Betonung in den vier Evangelien liegt auf seinem öffentlichen Wirken. Auf dem, was er getan hat, nachdem er 30 Jahre alt war. Johannes macht uns dies in seinem Evangelium sehr deutlich. Er berichtet uns, auch viele andere Zeichen hat nun zwei Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes 20, Vers 30 bis 31 Johannes hatte nicht vor, uns eine exakte, detaillierte Lebensbeschreibung unseres Herrn zu geben. Nein, er hatte ein Ziel im Auge. Und der letzte Vers in seinem Evangelium sagt, Es gibt aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat, und wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde, scheint mir, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Johannes 21, Vers 25 Die Bibel ist ihrem Wesen nach die große Geschichte der Erlösung. In ihr ist die Geschichte dessen niedergeschrieben, was Gott für Männer und Frauen angesichts ihrer Sünde getan hat. Und alles, was wir sonst noch in der Bibel finden, ist dem eigentlich untergeordnet. Der Bibel geht es darum, uns die Botschaft von der Erlösung, die durch Gott und von Gott her geschehen ist, aufzuzeigen. Und zwar auf eine solche Weise, dass wir verstehen, erkennen und glauben. Wenn wir also über biblische Lehren sprechen, dann meinen wir die Aspekte der Erlösung, die uns in der Bibel veranschaulicht werden. Die biblischen Lehren sind die verschiedenen Wahrheiten, die wir hinsichtlich dieser entscheidenden Frage in der Bibel finden. Es gibt natürlich viele mögliche Unterteilungen dieses einen Themas der Bibel, aber lassen Sie mich Ihnen einige Lehren vorstellen, die wir notwendigerweise behandeln müssen. Eine ist, selbstverständlich, das Buch selbst. Warum schenken wir diesem Buch solche Beachtung? Warum beschränken wir uns auf dieses Buch? Was lehrt die Bibel über sich selbst? Ohne Zweifel, an diesem Punkt müssen wir beginnen. Wir können nicht weitergehen, die Lehren der Bibel zu betrachten, bevor wir nicht eine klare Vorstellung von dem haben, was die Bibel selbst ist und was sie behauptet zu sein. Dann, natürlich, wenn wir die Autorität und den Maßstab der Bibel für uns akzeptiert haben, können wir mit jener Lehre beginnen, die stets den Vorrang vor jeder anderen Lehre haben muss. Und das ist die Lehre von Gott. Im Anfang schuf Gott. 1. Musa 1, Vers 1 Hier begegnen wir Gott. Es ist seine Offenbarung. Wenn wir also zur Bibel greifen, lernen wir die Wahrheit über ihn kennen und genau genommen ist dies mit dem Begriff Theologie gemeint. Die nächste Lehre ist, das ist naheliegend, die Lehre vom Menschen. Ich habe gesagt, dass es die Aufgabe der Bibel ist, uns über Gottes Erlösungswerk aufzuklären. Und Erlösung ist das, was Gott wegen des Menschen tut. Die Lehre vom Menschen nennt man Anthropologie. Dann kommen wir zu der Lehre unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, zur Christologie. Denn schließlich ist alle Erlösung in ihm zu finden. In ihm allein. Alles, was im Alten Testament geschieht, schaut auf ihn. Er ist der Höhepunkt. Und die Bibel hat uns eine Menge über ihn zu sagen. Doch wenn wir herausgefunden haben, wie uns unsere Erlösung ermöglicht wurde, stellt sich uns als nächstes die Frage, wie wenden wir diese Lehre auf uns an? Die Antwort, die uns die Bibel auf diese Frage gibt, ist großartige Lehre. Die Lehre von der angewandten Erlösung, beziehungsweise die Soteriologie. Und danach, was passiert mit uns, wenn wir erlöst sind? Nun, wir werden einer Gemeinde hinzugetan und werden zu Gliedern des unsichtbaren Leibes Christi. Demzufolge würden sie erwarten, dass uns die Bibel etwas über die Gemeinde sagt. Und sie tut es auch. Diese Lehre nennt man Ekklesiologie. Die Lehre von der Ekklesia, der Gemeinde. Anschließend stellen wir selbstverständlich die Frage, hier sind wir nun, erlöst, Glieder Christi, seines Leibes, der Gemeinde. Aber wozu das alles? Was wird mit uns geschehen? Wohin wird das führen? Die Bibel spricht auch zu diesem Punkt, denn sie hat ihre Lehre von den letzten Dingen, die Eskatologie. Alle biblische Lehre strebt auf etwas zu, einem großen Höhepunkt und einer großen Vollendung. Es gibt bestimmte, endgültige und letzte Dinge und über diese finden wir eine Menge in der Bibel. Dies sind also einige der Wahrheiten, die wir, so Gott will, hoffentlich miteinander betrachten werden. Und das ist alles, was ich zu tun beabsichtige. Es möge also niemand denken, dass es uns hier um einen allgemeinen Überblick oder eine Zusammenfassung der Bibel und ihrer Inhalte geht. Das wäre eine großartige Sache, so etwas zu tun, aber das ist es nicht, was wir tun werden. Ich habe Ihnen einen allgemeinen Überblick über diese Lehren gegeben und dem wollen wir uns zuwenden. Wir werden die Lehren im Text finden, im Wort und unsere Aufgabe ist es, sie herauszuarbeiten und zu untersuchen. Warum sind wir der Meinung, dass wir das tun sollten? Hier sind ein paar der Antworten, die ich auf diese Frage geben möchte. Die erste lautet, die Bibel selbst tut dies und deshalb müssen wir es notwendigerweise auch tun. Ich sagte Ihnen zu Beginn, dass die Bibel nicht einfach eine Universalgeschichte darstellt. Sie ist ein Buch, dem es darum geht, uns bestimmte einzelne Wahrheiten klar vor Augen zu halten und diese Wahrheiten sind Lehren. Wenn ich meine Bibel richtig lesen will, dann bedeutet dies, dass ich Lehren zu berücksichtigen habe. Die Bibel will, dass ich ihre Lehre begreife. Anders ausgedrückt, es mag sein, dass ich meine Bibel sehr gut kenne, doch solange ich nicht klar sehe, wie wichtig es ist, ihre Lehren zu begreifen, kann mein Bibelwissen durchaus nutzlos für mich sein. Und zwar ziemlich nutzlos. Lassen Sie es mich folgendermaßen erklären. Ist es nicht genau das, was die Propheten getan haben? Sie lesen von ihnen im Alten Testament. Was haben diese Männer getan? Nun, sie ergriffen diese Lehren, besonders die Lehre des Gesetzes, und sie versuchten, ihnen Geltung zu verschaffen. Sie wandten das Gesetz an. Sie gingen zum Volk und sagten, Ihr Leute denkt, dass ihr das Gesetz kennt, nur weil ihr es habt, aber das trifft nicht zu. Sie sagten, Das Gesetz sagt euch Folgendes, und das ist es, was ihr begreifen und verstehen müsst. Sie predigten dem Volk Lehre. Und ist das nicht auch genau das, was unser Herr selbst getan hat? Was hat er denn in der Bergpredigt wirklich anderes getan, wenn nicht genau das? Er sagte, Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Matthäus 5, die Verse 27 und 28. Er nahm das Gesetz und legte es aus in der Form von Lehre. Er erklärte es. Er sagte, dass eine bloß allgemeine Kenntnis des Gesetzes keinerlei Wert hat. Du musst genau wissen, was es sagt. Er leitete die Prinzipien ab. Er wandte sie an und machte sie mit Nachdruck geltend. Das ist ganz offensichtlich auch genau das, was die Apostel taten. Lesen Sie einmal die Apostelgeschichte und achten Sie auf die Verkündigung dieser ersten christlichen Prediger. Was taten sie? Nun, sie werden feststellen, dass sie sich keinen Text vornahmen, dessen exakte Bedeutung im Griechischen oder Hebräischen erklärten, ihn dann analysierten und so weiter. Nein, nein, ihre Art der Verkündigung bestand darin, Lehren zu verkündigen. Sie hatten eine Botschaft, die sie den Menschen vorstellten. Sie benutzten ihre Schriften um zu zeigen, dass dies die Lehre ist. Genau das ist es ja auch, was Predigen ist. Zweck und Auftrag christlicher Verkündigung. Es ist nicht einfach, nur eine Gelegenheit für einen Mann, seine eigenen Gedanken zum Ausdruck zu bringen. Es geht auch nicht darum, ich sage es noch einmal, nur eine alternative Übersetzung der Heiligen Schrift zu liefern. Nein, Ziel jeglicher Verkündigung muss es sein, der Gemeinde die Wahrheit zu verkündigen. Die Apostel haben das getan, so wie es seither zum ureigensten Wesen christlicher Verkündigung gehört. Oder nehmen wir die Briefe des Neuen Testaments. Was sind sie? Nun, in diesen Briefen werden gezielt wichtige Lehren aufgegriffen, unterstrichen und bekräftigt. In einigen Gemeinden bestand eine ganz konkrete Notwendigkeit danach. Dementsprechend artikuliert der Verfasser eines Briefes seine Lehre und wendet sie auf die Praxis an. Immer wieder kann man beobachten, wie sie beschäftigt sind, Lehre in Worte zu fassen und zu erläutern. Das ist also mein erster Grund, warum ich dies tue. Ich sage, dass die Bibel es fordert. Sie tut es selbst und sie ermahnt uns, es ebenso zu tun. Ein anderer Grund ist, es ist für uns gefährlich, die Bibel zu studieren, ohne dies zu tun. Wir reden davon, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen, nicht wahr? Und was für eine schreckliche Gefahr doch darin liegt, genau dies zu tun. Das eigentliche Problem der Juden zur Zeit unseres Herrn war doch, dass sie beim Buchstaben stehen blieben und nie beim Geist ankamen. Mit anderen Worten, sie kamen niemals zur Lehre. Sie waren zufrieden, ganz allgemein mit Wörtern vertraut zu sein, aber das Wort begriffen sie nicht. Dies ist etwas, was wir alle als eine äußerst große Gefahr für uns selbst erkennen müssen, denn wenn wir beim Buchstaben stehen bleiben, gewinnen wir nichts. Es wird uns sogar in die Irre führen. Es kann die Ursache dafür sein, dass unsere Seele verdammt wird. Wenn sie, nachdem sie ihre Bibel studiert haben, nicht zur Lehre kommen, dann bedeutet das, dass ihr Bibelstudium völlig nutzlos wäre. Es mag sehr intellektuell sein. Es mag eine gute Sache sein, so ihre Zeit zu verbringen. Ich habe Menschen kennengelernt, die die Bibel benutzt haben, wie andere Leute ein Kreuzworträtsel oder gar wie ein Puzzlespiel, nämlich um Teile zusammenzusetzen. Doch sie sind niemals bis zur Lehre gekommen. Ihr Studium ist ohne Wert. Es ist nutzlos. Ein weiterer Grund, biblische Lehre zu studieren, ist ferner, Die Gemeinde Jesu hat dies durch die Jahrhunderte hindurch immer als etwas Unverzichtbares angesehen, die Lehren der Bibel herauszuarbeiten und zu betonen. In den allerersten Tagen der Gemeinde wurde niemand als Gemeindemitglied aufgenommen, der nicht bekennen wollte, dass Christus der Herr ist, koste es, was es wolle. Doch in dem Moment, wo sie sagen, Jesus ist der Herr, machen sie eine Lehraussage. Dann, nach einer Weile, kamen die frühen Christen zu der Überzeugung, dass es nicht ausreichte, einfach zu sagen, Jesus ist der Herr. Sie sahen es als notwendig an, eine sogenannte Tauf-Formel einzuführen. Taufkandidaten wurden unterrichtet. Ihnen wurden bestimmte Fragen gestellt und diese mussten sie beantworten können. Aber sie erinnern sich, was geschah. Sehr bald schon begannen sich Irrlehren zu verbreiten. Leute innerhalb der Gemeinde begannen Dinge zu sagen, die nicht korrekt waren. Sie waren durchaus ernsthaft und aufrichtig. Aber sie sagten Dinge, die falsch und schädlich waren. Und diese Heretiker und falschen Lehrer sorgten natürlich nicht nur innerhalb der Gemeinden für Verwirrung, sondern verführten auch Menschen außerhalb. Die wachsende Verbreitung von Irrlehren innerhalb der frühchristlichen Gemeinde führte dazu, dass sie die sogenannten Glaubensbekenntnisse entwarf. Beispielsweise das apostolische Glaubensbekenntnis, das nizänische Glaubensbekenntnis oder das Glaubensbekenntnis des Athanasius. Diese Glaubensbekenntnisse wurden äußerst wichtig, weil es so viele Irrtümer und Irrlehren in der Gemeinde gab und die Gemeinde unter der Leitung des Heiligen Geistes sagte, wir müssen klarstellen, was wir glauben und was wir nicht glauben. Es reicht nicht aus, den Leuten einfach nur zu sagen, dass sie die Bibel aufschlagen sollen. Absolut aufrichtige, ernsthafte und fähige Männer und Frauen können dieses Buch lesen und doch Dinge sagen, die ganz verkehrt sind. Wir müssen das, was wir lehren, klar definieren. Und Definitionen biblischer Lehre sind das, was wir Glaubensbekenntnisse nennen. Natürlich war es dann so, dass sich die Gemeinde, die im gewissen Sinn eins gewesen ist, in zwei Teile aufspaltete, in die Westkirche und die Ostkirche, wobei die Lehre aber in beiden Teilen mehr oder weniger dieselbe blieb. Die Gemeinde als Ganzes war tot. Aber sie wurde bestimmt von diesen drei großartigen Glaubensbekenntnissen. Dann kam die protestantische Reformation. Neues Leben, neue Vitalität, ein neues Verständnis kamen auf und wieder sah die Gemeinde es als absolut wesentlich an, sich das, was sie lehrten, vorzunehmen, um es dann korrekt und unmissverständlich zu formulieren. So entstanden die großen Bekenntnisschriften, wie sie unter Protestanten in der Regel genannt werden. Sie sind nichts weiter als eine Auflistung und Auslegung der Lehren der Bibel. Abermals sagten die verantwortlichen Männer, es reicht nicht aus, den Leuten eine aufgeschlagene Bibel zu geben. Wir müssen sie anleiten. Wir müssen ihnen helfen. Sie sind anfällig dafür, auf Abwege zu geraten. Darum müssen wir ihnen sagen, dass wir genau Folgendes über Gott glauben, aber wiederum Folgendes nicht glauben. Wir müssen ihnen über Christus und über die Gemeinde und so weiter erzählen. Die anglikanische Kirche hat ihr Bekenntnis, welches wir die 39 Glaubensartikel nennen. Es gab außerdem viele berühmte Bekenntnisse auf dem Kontinent, wie etwa von den Herrnruter Gemeinden oder der reformierten Kirche. Und dann gab es da das großartige Bekenntnis, das in Westminster Abbey im 17. Jahrhundert entworfen wurde. Es ist deshalb als Westminster-Bekenntnis bekannt geworden. Es ist das Bekenntnis der schottischen Kirche und aller presbyterianischen Kirchen weltweit. Jedes dieser Bekenntnisse und die Katechismen, die sie begleiten, sind nichts anderes als Aussagen über die biblischen Lehren, sodass Gemeindeleute genau wissen konnten, was sie glauben und was nicht und die Gründe für diesen Glauben. Sie sind dafür bestimmt, uns im Glauben zu erbauen und uns fähig zu machen, genau zu erkennen, wo wir stehen. Wenn nun die frühchristliche Gemeinde die Notwendigkeit dafür sah, ihren Glauben zu formulieren, wenn in der Zeit der Reformation die Notwendigkeit dafür bestand oder im 17. Jahrhundert, dem Jahrhundert der Erweckungen, ist es dann nicht genauso sicher, dass auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein dringender Bedarf dafür besteht? Die Gemeinde Jesu ist heute umringt von Sekten. Ihre Mitglieder kommen an ihre Tür und sprechen, wie sie sagen, von den Schriften. Sie behaupten, dass sie an die Bibel glauben, die wir als Grundlage für unsere Lehre nehmen. In dem Moment, wo sie eine Aussage machen, spüren sie aber instinktiv, dass da etwas nicht stimmt, aber sie können darauf keine Antwort geben. Nun ist dies ein Grund unter anderem, warum wir biblische Lehre studieren sollen, um uns gemeinsam dazu zu befähigen, den Irrtum hinter solchen falschen Lehren zu entdecken. Nicht, dass ich Vorträge über Sekten halten möchte. Was ich tun werde, ist Folgendes. Ich werde sie an das erinnern, was die Bibel lehrt. Danach, wenn wir eine feste Vorstellung und Erkenntnis davon haben, was die Bibel lehrt, können wir jede andere Lehre prüfen, die uns angeboten wird. Aber nicht nur außerhalb der Gemeinde gibt es all diese Irrtümer und Sekten. Sogar innerhalb der Gemeinde selbst herrscht eine schreckliche Verunsicherung. Es fehlt an Lehre. Es herrscht ein Mangel an klarer Begriffsbestimmung und eine Bereitschaft, einen jeden sagen zu lassen, was immer er mag. Und das bedeutet, dass es niemals eine Zeit gegeben hat, in der es dringender notwendig war, dass Christen die Lehren der Bibel gemeinsam betrachten. Wir müssen das Fundament kennen, auf dem wir stehen und in der Lage sein, jedem Feind zu widerstehen, der uns angreift. Jedem raffinierten Feind, jeder Masche des Teufels, der als Engel des Lichts verkleidet, kommt, um unsere Seelen zu zerstören. Doch ich habe einen noch viel erhabeneren Grund, mit Ihnen diese Lehren zu betrachten. Letztendlich ist dies die einzige Möglichkeit, Gott wirklich kennenzulernen, in seine herrliche Gegenwart zu treten und etwas über seine wunderbaren Wege mit uns zu lernen. Ja, wir wollen unsere Bibeln weiterhin lesen und studieren, aber wir wollen uns nicht im Detail verlieren. Wir wollen diese großartigen, mächtigen Berggipfel der Lehre ansteuern und erklimmen, um zu begreifen, wer Gott ist und was er für uns getan hat in der Person seines geliebten Sohnes und das trotz unserer Sünde. Dies ist auf jeden Fall das Ziel, um das es mir geht. Mir geht es nicht darum, Ihnen ein wenig intellektuelles Wissen oder Informationen zu vermitteln, die Sie vorher vielleicht noch nicht hatten. Gott bewahre, dass das mein Anliegen ist oder dass irgendjemand über das, was wir tun, in dieser Weise denkt. Erkenntnis, sagt Paulus, bläht auf, die Liebe aber erbaut. 1. Korinther 8, Vers 1 Die Atmosphäre dieser Reihe an Abhandlungen oder Diskussionen ist nicht die eines Klassenzimmers. Am Ende wird es keine Prüfungen geben, um zu beurteilen, wie viel sie gelernt haben. Und sie werden kein Diplom erhalten. Nein, nein, es geht uns um Gott, ihn zu erkennen. Es geht um Anbetung. Jede Betrachtung der Bibel ist Anbetung. Und es gibt für mich nichts Gefährlicheres, als der Bibel und ihrer Lehre so zu begegnen, wie jedem x-beliebigen Lehrbuch. Leute sagen oft zu mir, was ist los mit unseren theologischen Seminaren? So oft habe ich einen guten Mann gesehen, der okay war, als er hineinging. Aber schau ihn dir an, wenn er wieder herauskommt. Sicher, das muss nicht immer wahr sein. Leute sagen oft solche Sachen. Aber wenn es manchmal doch zutrifft, dann meine ich Ihnen sagen zu können, warum das so ist. An solchen Orten gehen sie an die Bibel viel zu oft so heran, als sei sie ein Lehrbuch. Viel zu oft begegnen sie diesen großartigen Lehren so, als wären sie menschliche Gedanken und Ideen. Sie nahen sich ihnen nicht in einer steten Atmosphäre der Anbetung und Ehrfurcht. Sie sind an Übersetzungen und intellektuellem Wissen interessiert. Das ist zwar wichtig, aber wir dürfen dabei nicht stehen bleiben. Die Lehren der Bibel sollten nicht nur Studiengegenstand sein. Vielmehr sollten wir ein Verlangen haben, sie kennenzulernen. Nicht damit wir, wenn wir sie kennengelernt haben, aufgebläht werden mit Erkenntnis und begeistert sind von dem, was wir an Informationen gesammelt haben, sondern damit wir Gott in Anbetung, Lobpreis und tiefer Bewunderung näher und näher kommen, eben weil wir die Herrlichkeit unseres wunderbaren Gottes in einer Fülle begreifen, wie niemals zuvor. Möge er uns Anlass dazu geben, dies zu tun und schenken, dass wir alle als Auswirkung dieser Lehren ihn, den allein wahren und lebendigen Gott und Jesus Christus, den er gesandt hat, kennenlernen und dass wir als Folge daraus alle im Glauben erfrischt werden. Und so hoffe ich, dass durch uns und durch andere wie wir die gesamte Gemeinde Jesu erweckt werden möge und dass wir in unserer Mitte wieder die spürbare Anwesenheit der herrlichen Kraft Gottes bezeugen können. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube,